Da kommen ja nur junge Männer nach Sachsen hier und die überfremden uns alle. Wir sind in der Unterzahl. Bist du dir das sicher? Wie du hier sehen kannst, kommen nur 5% der Asylbewerber von ganz Deutschland nach Sachsen. Außerdem sind nur 60% der Asylbewerber in Deutschland männlich. Untertitelung des ZDF, 2020